Ach so, das geht nicht. Ein Schwanz in deinen Arsch, das ist was du kriegst, du wichst, ah! Hau ab hier! Okay. Du willst rum, du willst Sehre, einen Schwanz in deinen Arsch! Ihr wollt Geld, ihr wollt Flamer, ein Tritt in euren Arsch! Ihr seid feucht, so wie Fotzen und deshalb... Ich bin verrückt, ich bin verrückt, ich bin verrückt, ich bin verrückt, ich will noch schneller, noch schneller, keine Zeit. Fertig, fertig? Ja. Oh, hier ist voll Sauna. Ist auf Rekord deine Kamera? Da hast du ein weißer Punkt, was bedeutet das? Rekord. Bei mir ist der Rot. Rot wie Blut. Bei dir weiß wie ein Engel. Verzöne! Hört ihr diesen Bass? Da kommt ein Bass her. Ein Bass. Woher kommt der Bass? Aus dem Mittelpunkt der Erde. Was ist das für ein Bass? Der Bass der Vergeltung. Ach, ach! Bassalarm! 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 Komm zum Bettelang, komm und du wirst erleben, den hast du im Leben, die zu vergeben, auf Nutzrede. Sag, wie du kannst! Fühlst du den Dämon, wie er auf dir tanzt? Ich spiele mit dir ein Spiel, das ist schon ein Schnelles. Ich spiele mit dir ein Spiel, das ist schon ein Schnelles. Verzööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und so macht er eine Katze, wenn man sie am Schwanz packt und herumwirbelt. Das ist hier eng, Alter. Okay, ich nehme jetzt auf. Hast du was zum Kleben, dass ich den Text hier reinmachen kann? Was holen? Leider nicht. Keine Zeit. Fertig? Nee. Wie Training hier, was los? Wie spät? 22.54 Uhr. Okay, hab ich noch fünf Minuten. Fertig? In einer Minute musst du alles abmischen. Fertig? Ich sag, wenn ich fertig bin. Jetzt. Dein Gesicht und dein Name sind Reklame für die Hintern von Paviane. Du wurdest schon so oft gepfickt, dass dein Röckrad platt ist. Brrrr, 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 brrrr. Erst jetzt entscheidet sich, was in dir steckt. Ich muss vor auf den Klo, Alter. Jetzt musst du... Was? Jetzt musst du... Jetzt musst du... Was? Brrrr, brrrr. Ich stimme alles abmischen, ja? Ja, mach mal. Mach mal mit Dolby, fünfte Rund. Fünf eins, Dolby. Ich will diese eine Stimme, will ich halb hinten links. Und dann will ich vorne ein paar Stimmen auch haben. Und diesen einen Sound will ich oben haben. Willst du auch halb und alles auf die Stimme abmischen? Ja, vierter Stock. Beeil dich. Fahr in den Keller. Fahrstuhl. Ich will Fahrstuhl sounden. Überall. Nichts ist unmöglich, Mann. Wir sind das Dogma-Team. Ruhig jetzt. Wir haben ihn gesehen. Du musst immer so machen, wie ich gesagt habe. Wie hast du denn gesagt? So, wie ich gesagt habe. Ich sag alles nur einmal. Manchmal auch keinmal. Musst du trotzdem so machen. Jo, komm, du sagst zweimal, oder? Ja. Und, wie ist die Zeit? Ja. Ja. Wir sind schon etwas über der Zeit. Angeblich. Soll ich... über 20 Minuten gebraucht haben für meinen Part. Aber tatsächlich... steht die Zeit still, wenn ich aufnehme. Ich verstehe... Oh. Wie ist das? Ich werde nicht mehr probieren. Das kann ich nicht nicht trafen. Hier ist sicher, dass ich hier. Hey! Hey! Restart. Untergrund. Keller. Keller-Rap. Ja! Mahlzeit. Ist gut. Guck mal, Latterkamera. Reicht nicht. Wir brauchen drei. Jetzt. Machen wir jetzt Titeltrack, ja? Ja. Na, warum nicht? Boah, der muss ja voll Psycho sein, ne? Ja, übelst. Wieso Psycho? Ja. Jetzt ist neun Uhr, ja? Jetzt geht's los. Stopp Uhr. Mach mal Loop, damit wir schreiben können. Denk ja doch schon mal ein bisschen paar Sachen aus. getting offartiere. Jetzt geht's zum漢elden. Du kannst rein. Du kannst rein. Du kannst rein. Du kannst rein. Dogma geht ab Alter, Dogma geht nach vorne. Dogma ist fast fertig. Ja, wieviel wieder habt ihr denn schon? Neue Scheiße, da bleiben wir noch kein Bild fertig. Zehn, oder? Zehn? Das ist ganz schön wenig, oder? Achtzehn sein. Wir machen mit DVD und alles in eine Hülle beides und verkaufen teurer bisschen. Ja, achte ich auch so. Wir müssen neue Sachen machen. Wir müssen ein paar lustige Sachen machen. Aber das wusste ich. Ne, Alter. Hat, glaube ich... Also sind es... Was ist die Hälfte davon? Schnellrechner? 71. 71? 71 ist da ein Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Ja, kann man einmal hören und dann skippt man weiter. Halt mal die Kamera kurz sehen. Hat man nicht gehört, den Furz? Ne, aber riechst du meinen? Du hast auch den Furz? Ey Schweiner, Alter. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Da, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut Brrrrrrrrrrrr! Wie lange noch? 37 haben wir es jetzt. 23 Minuten, ja! Doch mal ist Schluss, Sekunde zählt, keine Minute fehlt. Ein Take, ein Hit, ein Track, ein Schritt. Nach dem Wort zum Ziel im Königsspiel. Dort warten, schlappen, wartet, fällt. In nur zwei Stunden gehört uns die Welt. Die Welt, die Welt, die Welt. Danke so. Das Finale von Dortmar, die Endphase. Letzter Tag, letztes Lied, letzte Skiz, letzte Vorbereitung. Dortmar ist bald vollendet, Alter. Das Megaprojekt, Bastard und Taktlos gegen die Zeit. Und ich möchte alleine sein. Okay, dann ist die nächste Vorbereitung. Yeah, yeah. Zurück im Number 5 Studio. Mit einem dicken Beat von DJ Sass. Jetzt wird gedogmat, Alter. Ja. Welchen müssen wir machen? Ein Lieben außerhalb. Ja. Ja. Musik Hast du ein Hip-Hop-Wort für mich? 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 Ein Hip-Hop-Wort? Wenn ich euch sagen würde, wir sind... Dann müsste ich lieben Ein Hip-Hop-Wort, ja? Irgendwas Society Heißt Society, oder? Was ist mit Jiggy? Jiggy ist gut Wenn ich euch sagen würde, wir sind Jiggy Dann würde ich mich... Hammer, Hammer Jiggy, Alter Was ist das Wort? Jiggy Hört sich an wie Sigi, nur Englisch, Alter Jiggy, Alter Jiggy Du bist grad live dabei bei Dogma Ja Hier ist Bobby vom Konzertmanagement vom Horrorchor Sag mal einen schönen Gruß an die Arzt Warte mal Hast du gesagt? Pöbel mal, pöbel mal was jetzt Ich schalte es an dem Dings, an dem Mikro Hast du gepöbelt? Hammer, Hammer Okay Hadi, Güle Güle Hörst du mich? Hörst du mich? Eins, zwei Hörst du mich? Eins, zwei Eins, zwei Wenn ich euch sagen würde, wir sind Jiggy Dann würde ich lügen Ich hab kein Geld übrig für Bling, Bling, Scheiß auf Eis Und habe dennoch mein Ding drin in deinem Vibe Man nennt mich Bastard und mein Atzen nennt man taktlos Wenn wir die Bühne betreten, sind die Fans ratlos Sieben